Und weiter geht's mit dem nächsten YouTube Video. Wir haben hier jetzt Kaze. Wir können euch da alles nicht zeigen, weil gewisse Sachen sind ausgekauft. Genau. Zum Beispiel Haikyuu. Dazu gibt es auch Band 30, Band 30 Einzel und Band 21 bis 30. Also der Schuber, genau. Und Demon Slayve 7. Aber das andere haben wir alle und das zeigen wir euch jetzt. Zum Beispiel Kinder des Viegefeuers, Band 13. Der soll anscheinend ganz gut sein. Die machen da jetzt gerade Werbung. Genau, haben wir hier im Hintergrund eine Aufstelle bekommen. Kommt ja nicht so oft, freu ich mich immer wenn eine Aufstelle kommt. Momo the Bloodtaker Nr. 2. Dann nochmal Boys Love on Cruise Band. Sherry Magic. Wenn du mit 30 noch Jungfrau bist, wirst du zum Zauberer. Ha. Ja. Wozu wirst du? Ja, ich glaub das ist mehr Comedy als, das ist ja wirklich Zauberer. Also, Boys Love on Comedy zusammen. Ja, ich vermute stark. Dann gibt's noch Rache Schmeckt Süß Nr. 5. Dann Sitter of the End Nr. 24. Wir sehen in Japan gibt's schon 27 Bänden. Shai Nr. 8. Dann heute fertig gelesen, Beastars Nr. 18. Das geht spannend weiter und Jodie's ist leider immer noch nicht. Vielleicht wird das auch nie lesen. Auf jeden Fall waren 8 zählen. Wahrscheinlich nur die Serie. Ja, die dritte und letzte Staffel kommt ja nächstes Jahr. Obwohl die Serie ist nicht so meins. Also wegen der Animation. Vielleicht die Thematik ist vielleicht auch nicht so meins. Ist ja mehr so irgendwie Slash of Life. So, zu süß für den Teufel Nr. 5. Die Silberprinzessin. Genau, ich muss mal kurz gucken, hat der der 5 oder 6 Bänder. Okay, der Abschussband ist ja die erste Serie von den Spy Family Macher. Also wenn ihr das mögt, könnt ihr auch da, wir werden mal reinschauen. Band 5. Wow. So, willst du erstmal Empfehlungen oder willst du erstmal Extras und Gimmicks? Ja, da gibt's Extras, ja. So, einmal gibt's hier zu der Briecht des Königs. Mal gucken, was ist denn das? Ist es eine Lesegruppe? Oder ist es ein Poster? Oder ist es beides? Beides vielleicht. Es ist beides. Da mit Postkarte. Genau, passende Postkarte. Und Lesezeichen. Und Lesezeichen mit folgenden. Blue Exorcist. Spy Family. Oh, cooles Bild. Shy. Tokyogun. Tokyogun. Also das, was beliebt ist oder bekannt ist. This Lonely Planet. Oh, siehst du, da sind immer 2. Oh. Da sind immer doppelt. Da oben ist auch noch was, ja. One Punch Man. Monster-mäßig verknallt. Haikyuu. Jujutsu. Kaiju. Was mich sehr freut, der Angel Esparado. Viel zu wenig gelesen. Genau. Diese Lesezeichen sind da. Also holt ihr am besten 2. Könnt ihr doch. So. Und dann. Dann gibt's hier noch Empfehlungen. Natürlich. Highlights. Die Stars, die ich schon angedeutet habe. Liesterschauen. Die Sieberprinzessin Nr. 5. Und das war's von meiner Seite. Bei mir ist Momo, the Bloodtaker. Der will ich mal reinlesen. Ähm. Boah. Ja. Das war's. Warte mal. Zu süß. Für den Teufel. Das war's. Dann bis dahin. Peace. Peace. chilling. duda an wir las gegen wer die